Vor langer, langer Zeit wurde ein Schatz vergraben. Der Beherkommensschatz. Der Schatz, der niemals gefunden wurde. Jetzt heißt es, er wurde gefunden. Nein. Bei Monkey Island. Das bedeutet, wir müssen zurück nach Monkey Island. Die Story hätte noch blumiger sein können. Ja, aber wir haben ja nicht viel Zeit. Die Anmeldung geht ja immer nur kurze Sekunden. Im Grunde stimmt's. Ich wollte mit dir über die Pizza gestern reden. Die war nämlich ganz lecker. Ja, das ist mein Lieblingsitaliener. Das ist ein guter Italiener. Ein guter Italiener. Der war auch nett. Wir hätten dir tatsächlich eine neue Pizza gegeben. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil du hattest einfach nur Quattro gesagt. Und dann gab es ein Missverständnis für den Kellner. Ja, ich hab die Quattro Station bekommen. Ich wollte aber Quattro Formaggio. Ja, und du hast einfach nur Quattro gesagt. Der Kellner so, ah, Quattro. Alles klar. Und dann hat er irgendwas aufgeschrieben. Ihr habt beide gedacht, ihr meint das Gleiche. Aber du wusstest nicht, dass es zwei Quattros gibt. Beziehungsweise er offensichtlich auch nicht. Und dann kam die falsche Pizza. Und dann hat man direkt gesehen, du warst so ein bisschen pisst, warst enttäuscht, als du die Pizza gegessen hast. Ja, du kennst das doch. Du freust dich auf eine Sache. Da kommt eine völlig andere. Aber ich hab direkt so gedacht, oh Gott, bitte. Das ist mein Lieblingsitaliener. Mach jetzt keine Ärger. Mach keine Ärger. Mach keine Ärger. Aber es war doch okay. Ich war freundlich. Ich hab sie gegessen. Und sie war lecker. Nur, die müssen schon auch wissen, dass ich unzufrieden bin. Aber es war trotzdem lecker. Aber es war ja auch, keiner verleiht es schuld. Und die Leute wollen unbedingt wissen, wie das Spiel ist. Wir müssen jetzt aufhören zu reden, bevor das Spiel läuft. Wir sind zurück auf Monkey Island. Guckt es euch an. Das ist das unglaublich hässliche Startmenü. Mit dem schwarzen Kasten. Hier haben wir uns eben schon drüber unterhalten. Was soll denn das? Was ist das? Wer hat das hier so eingebaut? Muss ich direkt mal kritisieren. Weil die Deutschen so doof sind. Weil die nicht wissen, was Monkey Island ist. Die brauchen eine Auffrischung. Wollen wir das mal kurz rein? Gucken, was passiert. Ah, okay. Es ist halt wirklich alles einmal erklärt, nehme ich an. So die groben, geile, alten Stimmungen. Von Guybrush. Achso, ich muss was machen. Hier steht es auch noch mal für alle. Da hat er wahrscheinlich seine Unterschrift geübt. Das habe ich früher auch gemacht. Ah ja, Mighty Pirate. Wenn du es sagen musst, bist du es nicht. Ach, das war das damals. Ist schon irgendwie cool hier. Der Hakenmann. Hey, da sind die alle. Ganz geil. Schwertmeisterin. Monkey Island was a steaming volcanic mystery. Covered with jungle and not found on any map. Bin gespannt, was sie zum Ende von Monkey Island 2 sagen. In diesem Sammelalbum. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Ach stimmt, es waren ja Affen. Die Layden waren ja, waren ja am Ende nur Affen. Ah, diese sind von der Zeit, wo ich den Treasurer von Big Whoop gefunden habe. Jetzt sind Monkey Island 2. Wally. Sogar direkt ein Bosskampf am Ende. Ach, guck mal, du kannst die Typen noch anklicken. Weißt du noch, Endboss hier, diese im Gang. Ja klar, das ist noch nicht so lange her. Ja, wie lange wir gebraucht haben. Oh, die Teile. Das ist ein Monkey Island 3. Das ist schön. Klick mal auf Murray. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game. Set. Matchmaker. I erupted a volcano on purpose. Ja, der Vulkan. Aber ich hab ganz vergessen, dass die erst im Dritten heiraten. Mhm. Aber ich find ich irgendwie, jetzt ist das auch geklärt, das ist offiziell Kanon. Find ich schön. Weil der dritte Teil ist im Quartal und es gibt keinen Grund, den nicht zum Kanon zu tun. Und sie haben das Ende von 2 eigentlich gar nicht wirklich thematisiert. Das find ich auch okay. Die Frage ist, kommen jetzt noch die Telltale-Dinger oder so? Ich glaub. Oder Mario, oder... Ach, schwierig. Okay, sie kommen. Doch, sie kommen. Monkey Island 4 gibt's auch noch. Oh ja, warum sollte das nicht dabei sein, find ich. This was a great day. Mhm. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding. But apparently you do. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Das ist teilweise übersteuert, die Sprachausgabe. Oder ist hier irgendeine Box kaputt oder irgendwas? Hm, that's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Jetzt will ich fahren. Da ist die dritte, äh vierte. In that crazy time, LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Okay, den hab ich zum Beispiel nie zu Ende gespielt. Ach, der war auch cool. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Then there was the time I accidentally introduced LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. I went on trial for my life on four separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. The villain. Find ich sehr schön. Ein guter Einschick, selbst wenn man alles kennt. Aber auch sehr versöhnlich, dass irgendwie einfach gesagt wird, okay, das sind einfach alles Abenteuer, die er erlebt hat. Und ja, damit ist das Thema eigentlich auch schon erzählt. Damit ist der Fandom für immer zufrieden. Aber jetzt wissen wir, wie es offiziell sein soll. Und hier, das ist übrigens aus Monkey Island 1 doch, wo wir oben den Felsen runtergeworfen haben. Ist das nicht das? Ja, ja, mit der Wippe. Das sieht genauso aus. Stimmt, wir reden ja auch von Monkey Island. Das ist ja auch Monkey Island. Seid ihr ready? Okay. Let's go. Ich freu mich. Ach, eine Sache noch. Können wir kurz erzählen? Geh einmal noch mal kurz in die Eigenschaften-Einstellung. Das fanden wir sehr interessant bei Text und Sprache. Unten gibt's eine Option. Writers Cut, mehr Geschwafel, schlechteres Erzähltempo. So ein bisschen wie bei uns. Aber ja, wir haben's nicht angemacht. Wir wollen's erst mal Vanilla spielen. Ja, so ist die Standardeinstellung gelassen. Aber ich mag die Idee. Aber man hat bei Monkey Island das eine Spiel, wo man sagt, auch mehr Dialog ist eigentlich geil. Wir probieren's vielleicht später mal aus und gucken, was der Unterschied ist. Aber ich kann's mir noch nicht richtig vorstellen. Jetzt ist aber auch die Frage, einfacher Modus als schwer. Warum habt ihr keinen normalen Modus? Nein, aber wir sind doch so dumm, Edel. Wir sind nicht affenstark. Wir sind vielleicht starke Affen. Naja, wir wollen ja alle Rätsel lösen. Für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Willst du wirklich alles? Ich will alles. Willst du etwa den Menschen da draußen sagen, nein, ich möchte einfach nur durchbriesen in einer Stunde? Nein, aber ich will die ganze Geschichte und den ganzen Spaß. Mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spiel. Gut, wir werden verdammt lange rumsitzen, ne? Aber ist okay. Ich hab nichts, ähm, zu sagen. Nein, hast du nicht in dem Fall. Los geht's. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Kinder, die haben Kinder. Lass irgendwelche nicht spielen. Das ist ja wirklich das Ende von Monkey Allen 2. Das ist ja wirklich das Ende von Monkey Allen 2. Das fangen wir in den Augen. Um, come on. Let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Das ist das Schmutz. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin ein bisschen verrückt. Es ist verrückt. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin ein, ich habe einen Skurvy Dog Shack. Ich habe einen Skurvy Dog Shack. Skurvy Dogs? Ich habe nie einen von einem davon. Nein, du musst du versuchen einen. Das ist die beste Sache. Das ist die beste Sache. Das ist das Schmutz. Okay. Und hier startet's. Als Kinder. Ich habe einen Skurvy Dog. Der war größer als ich. Sollen wir diesen grauen Kasten wegmachen? Welchen Grauen? Was? Wo? Dieser Kasten. Wegen dem Text. Ich glaube, das ist besser zu sehen. Mich stört es nicht auf dem Gedanke. Passt zum Stil. Geil. Die Ratte lässt sich mal richtig gut gehen. Das war's schon. Ich weiß nicht, ob das Wasser trinken ist. Was ist denn? Ich habe die Ratte gerne noch mal gesehen. Ich habe einen kleinen Cocktail gehabt. Ich bin so gespannt, wie sie jetzt die Kurve kriegen. Ich kann nicht glauben, dass du einen nie hatten. In einigen Bereichen, wo du gehst, haben Skurvy Dogs mit Cheese drin. Da siehst du, das ist der schwere Modus. Schon musst du überlegen, was du zu tun hast. Weißt du, was mir gefällt? Diese Fragen, wie ist der echt? Oder so weißt du, diese kleinen extra Fragen. Wenn man irgendwas einfach nur anguckt. Find ich sehr schön. Es gibt auch bislang wirklich nur eine Taste. Also besser als die Scum-Leiste ist es allemal. Oh man, jetzt habe ich auch Bock auf so einen Hotdog. Ich bleibe dabei, mir gefallen die Gesichtsfiguren. Die Figuren Gesichter immer noch nicht. Aber die Gesamtoptik hat schon was. Die hat schon echt einen schönen Stil. Das ist ein Schlüssel. Und ein Schild von einem Schlüssel. Also linke Taste, die Brille an. Rechte Taste, den Typ fragen. Interessant. Lass mal hier. Wieviel kosten Scurvy Dogs zum Beispiel? Wie viel sind die Scurvy Dogs? Scurvy Dogs sind nur ein halbes Stück von 8. Das ist Geld, das Grown-Ups benutzen. Ich weiß, was ein Stück von 8 ist. In Frankreich nennen sie ein Scurvy Dog ein Chien-Score-Butt. Chien-Score-Butt. Hahahaha. Hm. Toilettenschlüssel. Ich muss erstmal raffen, was alles interaktionsfähig ist. Weil das ändert sich. Hier sieht man, der Text ändert sich. Weißt du? Ich find's halt nicht so schön mit den Schriften. Da ist echt viel so Schriftkram im Bild. Aber okay. Mag das lieber, wenn das dann so unten steht. Nicht direkt. Es ist wie wenn Subtitles mit dem Bild sind. Ist auch mal komisch. Eila. Ist aber teuer. Wie viel ist ein Mug von Grog? Grogs für Grown-Ups. Beat it! Ja! Ich möchte zwei Scurvy Dogs mit dem gleichen Zeit lassen. Sie stellen es auf eine Knie, um dich aus nichts zu fahren zu lassen. Ha, ha. Ich bringe das gleich zurück, Sir! Du wärst wunderschön, das zu tun! Ich habe das Knie aus dem letzten Kind. Der der nicht wieder den Klick zurückbringt. Also die Synchro ist ja wirklich genau das, was man erwartet hat. Also da bin ich ja schon sehr happy. Ich weiß nicht, dass ich nicht gedacht habe. Ich bin ein ehrliches Geschäft, der versucht, ein ehrliches Leben zu machen. Ich brauche 50 Kinder pro Tag, um mir zu spüren mein Zeit, um mir zu geben, um ihnen freiwillig Essen zu geben. Ich glaube, es ist egal. Hey, ich weiß. Wir schauen uns an die Veränderung, wenn die Schmerzen durch die Straße geht. Körnungen aus der Runde kommen, wenn sie dort sitzen. So nehm ich. Okay. Siehst du sonst noch? Oh, guck mal, hier ist Schmierfett. Oh, ist also echt... Ja, du brauchst vielleicht was zum Aufsammeln irgendwann mal. Hm. Siehst du sonst noch? Ja, gehen wir erst mal raus. Aber damit ist es ja vielleicht... Müssen wir noch mal gucken, wie sich's auflöst. Aber wäre ja schon interessant in der Lore, wenn LeChuck halt wirklich der Bruder von Guybrush ist. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ist ein schönes Tutorial-Setting. Na, guck, jetzt vibriert der Sack da unten. Hm? Es ist lockt. Good thing, I've got the key in my pocket. Was ist das? Du, glaube, die Regie hat jetzt gerade den Kram in die Ecke gestellt und jetzt sieht man den Sack nicht mehr. Ihr findet keine gute Ecke für uns. Leicht ganz unten. Ja, das ist die beste, würde ich sagen. Good. You unlocked it. Ja. Der Sack ist nicht so wichtig. Nee, der Sack ist nicht so wichtig. Ach, das ist das Klo jetzt. Ich hab... Was soll das denn da? Was läuft denn da? Hm, lecker. Please wash your hands before leaving outhouse. Haha. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Äh. Chuck hat gute Ideen. Hm. Das ist die Münze. Ah. Aber es ist ein roundes Stück Metall, über die gleiche Größe und Form wie ein Stück. Das heißt, ein Slug. Es ist wie ein falsches Knochen. A fake coin is almost as good as a real coin. Die Close-ups sind ganz cool, ja? I hope I've got to collect the old Spurby-Dog-Sticks. That fills a whole shoebox. Gross. Gross. Chuckie, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross. I am not doing that again. Kriegst du nur einmal so ein Close-up zu sehen, dann war es das. I don't see any coins and I'm not putting my hands in that. Wahrscheinlich war es das schon. Ist der Fall, falsche 50er schon alles, ja? I'm not sure how we can get Scurvy-Dogs without any pieces of eight. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Hey, Chuckie. Stand over here for a minute. Nah, I want to get Scurvy-Dogs. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Can we get a couple of Scurvy-Dogs? Sure. If you give me a piece of eight. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Why can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of Scurvy-Dogs, if you want. Perfect! Take them, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Also, Guybrush stichelt auch immer so ein bisschen, ne? Ja, das find ich gut. Mag die beiden. Er ist immer so ein Angeber. I don't know. What do you want to do? Der Bulli und der Angeber. I want to see your pickups for four days straight. Ich hab ja keine Kinder, aber für mich wirkt das, es wirkt als wäre das eine gute Darstellung, wie Kinder sind, so mehr oder weniger. So dieses ständige Sich-Übertrumpfen-Wollen. Oh, die sehen so lecker aus. Jetzt, ich mach'n Regie. Könnt ihr nicht auch mal schnell so eine Wurst? Ihr habt doch gesehen, wie die aussieht. Also, da kriegen wir jetzt, also, das kriegen wir hin. Wurst auf dem Stock. Wurstspiel. Mit einer Fliege drauf und ein paar Haaren. Okay. Kannst du Chucky fesseln? Okay. Er ist nicht doof. Es ist jetzt schon mein Lieblingsshot. Ohne Scheiß. Die hat Leben, Mann. Warum leben wir nicht so? Warum liegen wir nicht in einem Fass? Die hat alles, was sie braucht. Und hier, gruselige Tür. Sollen wir die öffnen? Achso, da war ja, genau. Gruselige Tür. Okay, also wir haben die Scurvy Dogs. Achso, muss ich das Bein zurückbringen eigentlich? Man sollte annehmen, ne? Aber er hat's gar nicht gefordert. Gütze überbehalten. Was willst du, wenn ich's ihm wiedergeben? Hier ist dein Kabel zurück. Lass es zurück auf den Huck. Ich bin nicht dein Mönch. Es ist ungewöhnlich, dass man Sachen, die man irgendwo nimmt, wieder zurückgibt. Ich weiß noch nicht, warum du das machst. Ah, siehst du, Holzbein hat eine Errungenschaft freigeschaltet. Dann nehm ich den halt wieder. Ich hab das Gefühl, es ist ein Fehler. So. Da ist nichts zum Interagieren. Dann geht's eigentlich nur noch hier lang. Okay, jetzt liest du dieses Ding auf jeden Fall mal an. Ich möchte nicht wissen, was ihr da jetzt reingeschrieben habt. Oh, einiges. Ich dachte, sie hat jetzt irgendwelche Witze gemacht. Äh, Schwertkampf üben, vier Plattiges Klebern, Soße für den Scurvy Dog, Ente füttern Chucky in einem Rennschlag. Alter, das ist nicht wenig. Da muss ich den Eltern finden. Okay. Das ist ein cooler Anker. Das zeigt, wie wenig du über Anker wissen. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? What? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. Können Sie sogar glauben. Können Sie sogar glauben. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design, that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them on a modern anchor. Ich finde sie aber super. Sie ist ein bisschen wie Hermine. Ja, tatsächlich. Ja, aber das ist auch wirklich mega interessant. Das sind mal Piraten. Wenn es stimmt, ja. Das sind Piratenfakten. Okay, das sind die Scams der alten Zeit. So, und scheiß. Old-timey Scam. Ich lass sie labern. Und jetzt stell dir diese Einstellung vor mit noch mehr Geregeln. Vielleicht bezieht sich das ein bisschen auf diese Fakten. Aber ich mag sowas sehr. Also vor allen Dingen, weil ich glaube, das stimmt alles irgendwie. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sie lügt auch. Warum geht dieser Kasten nicht weg? Was soll das? Drück mal Komma. Komma? Ja. Ach ja. Warum ich gar nicht jetzt... Ach, ist das hier ein Weitspuck-Wettbewerb? Mhm. Nee, ein Rennen. Ah, du musst ja eh gewinnen. Hey, Chucky. Hey, Chucky. Wanna race? You're on. I'll officiate. Three, two, one, go. Er hat beschissen. Chucky wins. Wir müssen gewinnen, ne? Laut dem Zettel. Können sie ums Bein brechen. You're up for another race? You're on. I'll officiate. Three, two, one. Hey, Chena. You have to wait until I say go. Okay, sehr gut. You're up for another race? You're on. I'll officiate. Three, two, one, go. Mein Pinn! Okay. Wann weißt du, dass du ein Skurvy-Dot warm konzentrieren kannst, indem du es in deinem Armband steckst? Wenn ich mir das so angucke, will ich fast, Kinder. Aber ich weiß, dass es nicht immer so ist. Was ist hier? Noch irgendwas? Nee, das Rennen haben wir gemacht. Da sind unsere altes Brot. Maul, ihr seid noch nicht mal unsere richtigen Eltern. Entschuldigung? Ja? Willst du wieder unsere Eltern sein? Was bedeutet, wieder? Geh weg und find deine realen Eltern. Entschuldigung? Ja? Können wir einiges von deinem Brot haben, um den Dutten zu füllen? Ich glaube nicht. Wir haben es für uns selbst gebracht. Arschloch. Ja, wirklich, das sind keine netten Eltern. Ja? Ja? Mehr ist nicht. Was ist denn mit dem Korb rechts? Der sieht auch... Ja, ja. Ich weiß nicht, was in dem Baskett ist. Ja, ich erinnere mich, so war das auch. Das war... Erinnere mich, haben alle den Dialog schon geführt. Ganz rechts ist irgendwas. Ja? Seestern oder was? Nee, Müll? Die kennen aber auch nichts, ne? Na gut, Kinder. Ah, okay, da ist die Soße, aber wir wollen unseren Scurvy Dog noch nicht damit benutzen. Ha! Ich will den Dutten füllen! Ich schaffe dieses Scurvy Dog für mich selbst. Nicht den Dutten füllen! Hm. Ich brauche nur noch irgendeinen Gegenstand. Ach! Das ist doch schon... Ich sehe es doch von hier! Ich habe einen gefunden! Super! Es gab noch einen, der noch ist. Gern! Das war einfach. Wertkampf übeln. Das ist halt echt krass. Du musst halt nichts mehr auswählen, so Scum-mäßig, ne? Du kannst niemals hoffen, mich zu verletzen. Keine Chance! Du wirst niemals auf meinem Level verletzen. Ich gewinnen! Ich gewinnen! Nein! Du bist beide ziemlich weck. Well, anyway, das war lustig! Wir gehen mal auf die Liste. Enten füttern, etwas Soße. Am Wunschbrunnen haben wir schon fast alles. Ich glaube, am Ende dieser Wunschbrunnen wird das, also, wird alles starten. Weil er wünscht sich vielleicht ein Pirat zu sein oder so, und dann wird er erwachsen. Ich bin sicher, dass er das gewonnen hat. In deinen Tränen gewonnen hat er. In deinen Tränen gewonnen hat er. Du kämpfst wie Kinder. Jetzt. Dann gehen wir mal weiter. Also, wie kriegen wir das Brot? Und was machen wir mit der Soße? Oh, der Wunschbrunnen auch noch. Oh, der Wunschbrunnen hat er. Ich wünsche, D. Sie würde er aussehen. Was? Hey, nett! Autsch! Hey! Das scheint ja ein echter Wunschbrunnen zu sein. Oh, interessant. Sie muss natürlich auch länger noch lachen als alle anderen. Sie hat einfach extra Atem. Ich wünsche, ich hätte noch ein anderes Kino gehabt. Hier ist jetzt nichts mehr. Sind wir hier fertig? Wir könnten nicht zurückkommen, wenn wir hierher gehen. Ja, sind wir? Naja, wir haben nicht die Ente und die Soße. Also, meinst du nochmal zurück? Wir können es machen oder auch nicht, aber ich verstehe auch nicht genau. Ach, du kannst es so nehmen. Weil jetzt ist es ja nicht mehr am Boden. Okay, gut. Ente. Ja. Ente, 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 Ente. Kannst du es einfach nehmen? Ohne Fragen? Hm. Kannst du mit Chucky reden? Also mit, äh... Ja, genau. Okay, doch nicht. Ha. Vielleicht kannst du der Ente das Kleblatt geben, wobei ich das jetzt nicht glaube, aber... Ein erstes sehr schwieriges Rätsel. Tja. Ich nehme mir das Brot. Ja, der Klassiker wäre sie ablenken, aber vielleicht mit dem bla 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 bla. Vielleicht dadurch. Und dann sind die so in ihrem Redeschwall. So wie die. Das ist so schlau, Simon. Ich werde uns durchbringen. Keine Sorge. Es gibt... Es hätte noch den Schwierigkeitsgrad Simon geben müssen. Und wir sind fertig. Tod. Wie sich halt auch keiner an diese Füttergesetze hält. Okay, und jetzt fehlt noch unsere echten Eltern finden. Die haben keine Eltern, das glaube ich nicht. Aber die können ja nicht hier sein, oder? Ich glaube, jetzt kannst du wahrscheinlich rausgehen, ja. Ich finde, immer noch der Wunschbrunn wäre eine gute Idee gewesen, um von hier weiterzukommen zum echten Abenteuer. Aber ich frage mich wirklich, wie sie das jetzt machen. Das ist das Gleiche. Vielleicht machen sie ein... Ah! Das ist der echte Guybrush! Okay, das gefällt mir sehr gut. Es ist der Vater! Ja klar, die haben geheiratet, natürlich auch Kinder. Hey Dad! Hallo, Mr. Threepwood! Hey Kids! Haben Sie Spaß? Ja! Wir haben Scurvy Dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures! We just did Big Whoop! Big Whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun! But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call the secret of Monkey Island. Where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Okay, das ist richtig schön. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go, um, walk my tarantula. Maybe I should go with, uh... No, no, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did. So I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Yeah, ich bin bisher sehr angetan. Ich mag auch den Übergang und die, wie sie diese Probleme mit Monkey Island 2 umgangen haben. Interessant, wie sie's gemacht haben. Jetzt darfst du gerne mal ein bisschen. Ja. Darf ich den einen Knopf drücken? Den einen Knopf, ja. Das ist nicht sehr anspruchsvoll, was das Spielen angeht. Oh, schön, ey. Millie Island. Lang nicht mehr gesehen. Stimmt, ein paar Monate. Mhm. Mhm. Für manche waren es ja. Ja, man. Spiel die Flöte. Jetzt baut uns doch mal ein Regie genau, wie ich hier die Drums spiele. Ach, schön. David Fox. Den ich ja sehr mag, weil der ja auch Zack McCracken gemacht hat. Dem folge ich sogar auf Twitter. Du bist krass. Das kennen sie alle. Die Spiel-Engine von Ron Gilbert. Na komm. Na komm. Was? Da arbeiten eine Menge Leute. Ja. Leitende Tester. Komm. Du, hast du mal unsere Credits angeguckt. Soll ich klicken, oder was? Klick jetzt. Das kann ich doch nicht machen. Nein. Jetzt hör auf. Ich klick nicht. Tina Lu, es tut mir leid. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Du hast es doch fast. Finger weg. Errungenschaft, du hast schon Errungenschaft, du hast noch nichts gemacht. Du hast vorhin eine bekommen dafür, dass du das Holzbein... Immerhin. Das ist schon mehr. Alter, als das Intro gucken, okay, ja. Es ist immer noch da, der Eidmann. Der hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or, sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly. Swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together, to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? Ah, he doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. He's an evil zombie ghost pirate. Terror of the seas. And sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say, opposites attract, but what do I know? LeChuck kidnapped my wife. He's always had design talker. Yeah, I guck die alle an. Du hast doch nicht so schnell vier Sätze gelesen. Nein, aber ich meine, wir quatschen die uns alle durch. Can we more or less rescue herself? I'll bet you got together. That's not the point. Yeah. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out. But I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Fine. Well, you better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. Check mal die Eule dann da unten. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the scumbar. Exactly. That's why I came to melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scumbar. By the docks. Long table in the back. I don't know where I'm going. We'll see. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? The rat on that? That here? Yeah, that's a really nice rat. Also, the dialogue of me is really good. Yeah, I definitely be really excited to get funded. Everything is really good. Reelect Governor Carla. She's keen on bloodness. This is a great ship of LeChuck. Ich spreche mit den Pirate-Leaders, bevor ich zu sehen bin, was LeChuck ist auf dem Weg zu sprechen. Es sieht halt echt alles so aus wie man es kennt. Habt ihr die Pirate-Leaders gesehen? Das ist ihre Table. In fact, ihr würd wahrscheinlich besser gehen. Du willst nicht hier sitzen. Es ist unsere Table, Rummy. Wir sind die Pirate-Leaders. Get lost. Ich habe nicht gehört, dass es eine Veränderung ist. Oh, nein. Niemand erinnert sich zu notify Sie? Vielleicht ihr Party-Invite wurde in den Mail. Wo sind die drei Leute, die hier halten? Wer ist hier? Wahrscheinlich in einem Alleyen, wirst sie noch nicht relevant sind. Machen Sie sich für einen Reinhard, und schreiben einen Memoirs, das niemand will. Ist es Sie, ich sollte zu sprechen, über eine Finanzierung? An Expedition? Wer ist es, die Sie denken Sie sind, genau? Ich bin der Rock-Solid-Investment. Spare mir die Greasy-Sales-Pitsch. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison? Wait! Es war Captain Madison? She ist, like, famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real ting. Hmm. It's a personal passion of mine. I really want to find it. Your weird fetishes are not something I need to hear about. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Hmm. 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 I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Shit. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes. The dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No. Of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye bye. Hi. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Okay, we have it understood. Fine. I don't need you or your money. Okay. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island, no matter what it takes. Hmm. I like the old pirate leaders better. Ja, dann reden wir erstmal mit LeChuck oder beziehungsweise mit dem Schiff. Ja, wir müssen da drinnen auch nochmal rein. Ja, klar, wir gehen auf jeden Fall nochmal rein, ne? Ganz klar. Ach, das war doch hier das erste Bild, was man gesehen hat. Okay, ich seh schon, wir werden... Angestellt von LeChuck. LeChuck. LeChuck sagt, ich bin LeChuck. LeChuck sagt, ich bin LeChuck. LeChuck bekommt keine Verteidigung. LeChuck bekommt keine Verteidigung. Du siehst wie ein Mann ohne viele Optionen. Du willst einen Job? Ich bin ein kurzer Schwabbe. LeChuck ist ein gleicher Umgebung. Auch Menschen sind meistens toleriert. Absolut. Ich würde gerne ein Swabby sein. Swabbing ist eine meiner Lieblingsmöglichkeiten in der ganzen Welt. Der restvollen, mindlösen Repetition. Der delikatere Scent von alten, sopigem Wasser. Der stolzere Satisfaktion eines Sparklingplank. Okay, okay. Schau die Schrauben für die Decks. Die einzige Reaktion ist, dass du dein eigener Mop bringen. Wenn du ein Mop bringen, dein Job ist... Hey, hey, warte einen Moment. Was ist dein Name, Sailor? Aha. Wie heißt du hier? Andrew LeChuck? Nicht verb... Andrew LeChuck. Keine Beziehung. LeChuck gab mir eine Blacklist und du bist auf dem. In fact, du bist die Blacklist. Sorry, ich kann dich nicht nennen. Du bist natürlich Guybrush Threepwood. Scheiße, eine Verkleidung. Ich bin verwirrt. Du sagst nicht, dass du dein eigenes Schiff bekommst? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum los. Ich wollte ein Schiff und eine Crew. Hier war ein Schiff und eine Crew. Richtig für die Beziehung. Alles, was ich tun musste, war zu fahren, warten auf den richtigen Moment, und streichen. Streichen? Mutiny der Crew, siehst du das Schiff. Sei ein Pirat! Außer sie würden dich nicht nennen, weil sie wussten, wer du warst. Ja, das war ein Problem. Ich brauchte auch einen Mop. Ich bin ganz interessant, diese Erzählweise so. Ja, ich mag das von einer übergeordneten Erzähler. Was möchtest du über meine schwelle, schwelle, schwelle Nemesis LeChuck? Aber er weiß nicht, wie ein Schiff zu holen. Keine Parkung von dämonischen, schwelle, oder unvermütigen Vesseln oder Scooters. Mittwoch, drei bis vier. Es sieht aus, dass das eine lange Reise sein wird. Ich hab irgendwie gehofft, dass hier jetzt Murray oder irgendwas ist, aber das kommt wohl noch. Grog? Ich hoffe, das ist nicht einer dieser Party-Cruise. Expedition nach Fabled Monkey Island. Crew-Position-Vendor. Das ergibt mich, dass er sich abbrechen kann. Gut. Gut, dann gehen wir nochmal zurück in die, äh... Was? Oh! Wenn er uns nicht zu verdienen, Wo, wo? Ich glaube, er brauchte, die Druck auf ihn auf einen anderen Weg zu verdienen. Das Fass hast du schon da? Aber hier links war ja gar nichts, oder? Am Anfang. Okay, was ist das da? Irgendein Stein? Das ist auch nur eine Ratte. Sag ich immer eine Ratte. Antwort ist immer Ratte. Die Antwort ist immer Ratte. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden finden. Gut für dich. Gut für dich. Es ist ein Buch, um collectible Trivia-Karten zu verdienen. Es sieht aus, wie jemand es hier nicht verlassen hat. Also gehört es uns. Im hinteren Teil der Skamba ist... Die Küche. Stark, Simon. Okay, das hätten wir. Mehr ist hier gar nicht. Das ist vielleicht einfach für Hilfe. Also so... Die Fragen stellen und dir Hinweise geben, wo du mal gucken solltest. Ja, okay. Keine Ahnung. Das ist aber ein guter Gedanke. Vielleicht sollten wir halt dann auch mal hinten hingehen, ja. Wer ist das nochmal? Ask me about Loom. Dieser Typ mit dem Schild. Erzähl mir über Loom. Oh, ich bin so Angst vor Piraten, die mich über Loom fragen. Geh verloren. Dann, warum nicht du den Ask me about Loom-Button? Ich kann ihn anders. Ja. 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 Fanservice-Erwundschaft. Ja. 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 Krass. Krass. Wenn das wirklich so... Okay. Dummes Bild. So, kannst du in die Küche? Erst mal gucken, ob die irgendwas haben. Ne, ne? Schön und heiß. Ich frage mich, wie lange ich hier stehen könnte, bevor ich in die Flamme stehe. Die Möwe. Also eine Statue. Zu Ehren der Möwe. Die Würmerrücken links. Oh ja, die Möwe. Ähm. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, no, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Oh, das ist wichtig. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't wanna buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dishrag. A elegant tool for a more civilized cleaning. And I hope to succeed with the mop or another. I can't. You must construct your own. A single, perfect instrument, that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion. Your tool. And a ready means of defense. Against spills of all kinds. Uh, build it? Huuuuhhhh!!!! The wounded is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one! Not helpful so far. Du musst einen bestimmten Baum finden. Ein Baum, der uniglich mit den Händeln der Moppen verwendet wird. Schraube deinen Händel aus dem Baum. Wie finde ich den Mop-Händel-Tree? Ich kann dir nicht genau sagen, wo es ist, denn das ist deine persönliche Reise. Welche Art von Baum ist das Baum? Das ist etwas, das du für dich selbst herausfinden musst. Was für den Händel der Moppen? Oh, du musst einen haben, natürlich. Aber wahrscheinlich alles, was es tun wird. Es geht meistens um den Händel. Sind du sicher, dass ich einen Moppen nicht einfach kaufen kann? Deine, zum Beispiel. Nein, du musst einen machen. Vertraue mir an das. Dann haben sie drangemalt. Das finde ich ganz geil. Es sind echt viele Details hier. Und diesmal erkennt man sie auch, ne? Das stimmt. Es sollte sich Mop-Quest bezeichnen. Wann kommen wir zu den Piraten-Parten? Selbst die coolsten Professionen betrifft mehr Mopping-up, als du denkst. Das war mir auch verrückt. Aber nicht vergessen. Es war alles so, dass ich ein Schiff aufbauen könnte, eine Kommandung nehmen und nach Monkey Island zu fahren. Aber zuerst musste ich einen Moppen machen. Das geht natürlich nicht. Stay away from my mop! Active little guys, aren't they? Looks like a mug shot. Wir gehen doch gleich nochmal nach hinten. Pests, oder garnishes? A good cook sources local supplies when he can. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Okay! The plaque says, in memory of looming Seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this. I remember that stench as if it were yesterday. Nee, der Löffel ist nicht klaubar. Okay, wir haben ein Seil. Das war schon mal erfolgreich. Was denn? Der Typ hatte da am Hut irgendwas da. Das hab ich auch kurz überlegt. Ah, nee. Das ist ein Köder, ne? Ich würde auch sagen, so ein Flying Lure. Echt der Wudung? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Geht auch so ein Ding übrigens. Aha, ja. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we've both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me! Me too! Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me. That is the easy way. You've probably got to get going. You say goodbye first. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Michigan. Melee. Did you imagine this statue of the Cristiano Ronaldo? No wonder... I don't know, I don't know that. My name is the statue of the 27th Secretary of Cardla the swordmaster for her heroic actions at Port Elizabeth. It's Elaine's flyer about how Lyme's combat scurvy. It's important. But boring. I've never once made it all the way to the end. Elayne würde mich töten, wenn sie mich, ihre Flieger abzunehmen. Der Voodoo hier muss authentisch, kulturell und historisch akkurat sein. Die Science ist so. Ah, internationales Haus von Mojo. Dieses Ort hat sich in Jahren nicht verändert. Willkommen, Guybrush Threepwood. Schön, dich wieder zu sehen. Ich habe dich erwartet. Hast du einen Wunsch, oder soll ich einfach machen? Mach das erst. Du meinst... Feet hat geordnet, dass du hier seit ein paar Minuten hier sein würdest. Nur du kannst du zu late sein, selbst wenn du zu feit gekommen bist. Das ist ein Geschenk. Lass mich, auf deinem Aufmerksamkeit zu suchen. Will das mir nichts kosten? Pride. Free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent. Obstacles. Got it. Hmm. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it? A book of hints. Use it wisely. To know too much, diminishes the voyage. Nice. Thanks. No charge. Weißt du, was ich mir gerade denken musste? Wenn die nicht irgendeinen Gag mit Jack Sparrow einbauen, wäre ich fast ein bisschen enttäuscht. Oder? Haben sie halt noch nie gemacht. Ja, aber ... Gab's ja noch nicht. Gab's ja noch nicht, ne? Aber da sich Jack Sparrow ja auch an Monkey Island bedient hat, fände ich das irgendwie schön, wenn sie das irgendwie zurückgeben würden in irgendeiner Form. Wenn du so einen findest einfach, der ... Es gab mal bei Discworld Noir, gab's so eine Grabräuberin. Das war halt so eine Tomb Raider, ähm, also Lowercroft-Parodie. Aber es war auch ganz cool. Also, du konntest dann mit der Person reden und die hatte auch lustige Dialoge. Also, so was wünsch ich mir hier. Was ist das Ding? Es ist ein Forgiveness-Frog. Wenn keine Entschuldigung tun wird, gib den Forgiveness-Frog. Den brauche ich. Nur viel besser, weil es ein Frog ist. Das macht total Sinn. Ist viel besser als eine Karne, weil es halt ein Frosch ist. Es funktioniert. Trust mich. Okay, ich glaube, ich kaufe einen. Ich nehme diesen Forgiveness-Frog. Es kann jemanden helfen. Auch sehr alte Transformationen. Das werden wir noch brauchen. Stan wahrscheinlich, den wir ja im Dings eingestellt haben. Das kann sein, ja. Wir haben den nie rausgeholt im Preis. Ich glaube nicht. Der ist vielleicht immer noch gefangen. Ja. Pointy. Man darf eigentlich nichts damit machen. Ich darf nur auf dem Tisch liegen. Ich darf nur auf dem Tisch liegen. Ich darf nur auf dem Tisch liegen. ich darf nicht. Ich darf nur nicht mal in der dafür vorgesehenen Lager. Nirgendwo. Hörer. 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 Von Kindern und Erwachsenen fernhalten. Die Manufaktur accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future throughout this and all possible and impossible universes. Okay. So, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question as it could create a liability issue. Stark. Wer haben's? Was gibt's da noch? Kleidung? This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises, but alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There is always the famous eyepatch of John Laney at the museum. I am sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Okay. Das is also wichtig. Is there a regal? It's a creepy shrunken head with long springy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Shiny. Yeah, this isn't that kind of game. Das ist nämlich Sack McCracken. Oh. Everything is spilled out of it in a puddle. Wir machen hier gleich weiter und untersuchen noch mehr Hinweise. Wir haben ja auch schon einen Gruppplan, ne? Wir müssen diese Augenklappe, wir brauchen den Mob, dafür brauchen wir einen richtigen Baum. Mehr haben wir nicht. Wir haben einiges vor uns und wir haben das Hinweisbuch. Wir haben diesmal schon eine Lane. Wir müssen uns nicht mehr um die Liebe dieser Frau bemühen. Sie liebt uns schon. Ja, wir haben den Ehevertrag, aber jetzt ist easy sailing, wie der Pirat sagt. Sehr schön. Wir machen gleich weiter. Mh, das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili Rezept. Mit Tomaten, Mais und… Doch, nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch. Das ist Chili-Sinn-Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Meine Freunde, lasst euch Kiel holen. Wir sind nämlich die viel besseren Verantwortlichen für euer Entertainment. Für die nächste Stunde wissen wir besser als ihr, was gut für euch ist. Wir sind jetzt gerade bei Monkey Island, bei der Return to Monkey Island? So heißt es, ne? Return to Monkey Island. Sind wir gerade jetzt im Voodoo-Laden. Halt, noch nicht weiter stehen. Oh, was? Haben wir was? Halbzeit-Fazit. Ja? Soll ich? Das interessiert mich. Bisher überraschend gut. Also ich dachte schon, dass es mir gefallen wird. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Und selbst die Gesichter habe ich mittlerweile irgendwie ignoriert. Ich habe mich damit arrangiert. Das liegt, glaube ich, an der Sprachausgabe. Die ist so gut. Die Sprachausgabe macht es so, dass man nicht mehr so hundertprozentig auf den Look fokussiert ist, der mir immer noch nicht hundertprozentig gefällt. Aber durch die Sprache reicht es dann doch, da wieder Guybrush zu sehen. Ja. Und ich mag vor allen Dingen, wie alles eingebettet ist. Du kannst alles angucken. Das Interface ist sehr eingängig und einfach. Und man hat das Gefühl, dass man wirklich versucht hat, immer auch den Spielern, die wirklich die Vorlagen nicht kennen irgendwie, die alle reinzuholen. Und auch Leute, die mit Adventures vielleicht nicht so viel zu tun haben, die auch reinzuholen. Also es ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Aber auch die Leute, die es schon gezockt haben, genug so Anspielungen und irgendwie, man fühlt sich direkt zu Hause, oder? Auf jeden Fall. Ich bin auch positiv überrascht. Jedes kleine Detail kann man sich gerne angucken und kriegt auch eine interessante Info dazu. Und die Dialoge sind auch, finde ich, ist eine Gewichtung, die ich voll okay finde. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, auch lustig, nicht verkrampft. Ich bin total begeistert. Aber ich habe ja nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht bin. Aber ich bin noch glücklicher, dass es so gut ist, als ich dachte. Gut, wir sind zurück hier beim Haus des Voodoo. Es sieht aus, wie es da immer gewesen ist. Nicht für mich. Ich werde es nicht so touchen. Ja, auch wieder ganz viele Sachen, die man ganz erst anfassen will. Es ist ein unusuales Safe mit fünf Kiehallen. Alas, das Safe ist nicht für Verhältnis. Es hat mit mir für Sicherheit gehalten. Für Sicherheit gehalten. Das ist so dumm. Schnell ist du das Wortspielen. Ach so? Nee, ich habe gerade gar nicht hinterfragt. Ja, für Safekeeping. Nur hier gegeben, um darauf auszupassen. Für Safekeeping. Es gibt übrigens keine deutsche Synchro. Und ich bin jetzt voll dankbar, weil die Texte sind gut übersetzt. Und es ist aber einfach toll. Du hast doch die Stimme, die mit der wir ja auch die anderen gespielt haben. Everything goes. They'd make a grey dress. Green. Half off. Blue. Half of half off. Yellow. Half of half of half off. Orange. Aren't you glad you're here? Orange, you glad you're here? Das ist weird. Orange, you glad. Okay. Wir gehen raus. Ja. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Wow. This was my favorite novelty store. War das hier, wo der alte Mann, der immer zum, zum Schwertmeister gegangen ist. Oh, Wally. Hey, Wally. Maps and more. Well, well, well. Schau, was der Surf auf dem Boden war. Es ist Guybrush Threepwood. Schön, dich wieder zu sehen, Wally. Was auch dein letztes Name ist. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and maroon because of you. Yeah. Good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Looks like the shop across the way is in trouble. The high stakes, ego-driven world of pirating is changing. And dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. You have a lot of maps in here. We've got so many. You need a map to find them all. Is that the original Wally-Stimme? Haha, a little cartographer humor. Yeah, I forgot how funny it was. Vielleicht nicht ganz. Aber leider ist jetzt der eine Punkt weg, nämlich dass die Stadt ganz schön heruntergekommen ist. Die wollte ich mir eigentlich noch aufheben, aber die ist jetzt weg. Schade. Bye. Weil irgendwas ist ja passiert, ne? Also hat wahrscheinlich auch mit diesen neuen Anführern zu tun. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you. A three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Uh, thanks. Auch ne schöne Anspielung. Of Monkey Island 2. Ooh, those look fancy. The finest tools, to make the finest maps. I didn't know you made Globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Wally, can I have one of these maps? Absolutly. If you pay for it. Never mind. Das ist nur umsonst. Wo lag das? Es ist eine lange, kleine Karte von irgendwoher, weit, weit weg. Oh, sieht so chill aus. Das muss sein Trouser Island. Eigentlich, Mr. Threep Woodworks. Trouser Island. Ja, Trouser Island. Was ist das eine Karte? Die secreten Bewegungen und Aktivitäten meiner Angehörigen. Das klingt rechtlich. It's a map on a fan. What will they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, Rating Cursed Black Diamond. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. I try to steer clear of Sea Monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Good old mazes. Can't get enough mazes. Was? Das wäre der Moment gewesen, wo wir uns angucken, wissend, was wir gerade alles durchgemacht haben in Indianapolis. Und die Zuschauer. Good old mazes. Ach, hier ist übrigens Wally, oder? Keine Ahnung. Ja, leider. Nee, ist nur die Kiste. Ah, ist irgendwie schon echt cool. Obwohl es um Karten geht, was echt langweilig ist, habe ich hier das Bedürfnis gehabt, alles anzugucken. Ist hier nicht auch diese Gasse irgendwo, oder ist die weiter hinten? Die kommt noch. Die kommt noch? Ach, okay. Ja. Aber du kannst natürlich versuchen, da links in die Gasse zu gehen. Da ist es. Ja, da. Ich glaube, da ist nichts. Hier saßen ja die Piraten eigentlich. Na gut, hier sitzen überall Piraten. Oh, Zwischensequenz! Lechak, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink. Chickens. Brimstone. Cinnamon. Monkey blood. Mint. And an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing-ness for you. Uh, funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed! Wait. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him. Forever. Sure. I wanna bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas? Instilling fear, creating mayhem, being more on brand for Lechak? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship. And whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. The note says, forced to close. Thanks for the memories. But cash would have been better. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Things are not what they seem. All the keys are gold. It's the way of keys. The note says, forced to close. Thanks for the memories. The cash would have been better. The Lutu lady said, it was a forgiveness frog. It's hopeless. It makes things bigger. Ah, that's so verwirrt, ne? Man can't even. Oh, nein. I want no advice. I need no advice. I need no advice. Come, make me one. The official name of the Voodoo-Ladens. Ähm. Hä? Ist doch eins und zwei. Ach, Mojo und Voodoo. Ähm. Shit. Internationalness of Voodoo oder Mojo? Nee, ich glaub Voodoo. Hm, ich glaub das erste, oder? House of Mojo? House of Voodoo? Fuck. Mojo. Ich weiß nicht. Ich würd fast sagen das zweite. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das sagen würde. Also du sagst das erste? Was soll ich jetzt nehmen? Nehm ich das erste. Ha, 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 der Simon. He knew it. He was right all along. Jetzt ist es weg für immer, ey. Das find ich ein schönes, irgendwie schöne Idee. Die Ratte schon wieder. Ich will so eine Ratte als Companion oder als so kleine Stoffratten. Aha. Dann können wir direkt die nächste machen. Nee. Ey, Simon. Simon! Wie viele Bücher mit dir? Alter, komm. Vielleicht hätten wir erstmal dahin gesollt. Wollen wir erstmal nicht beantworten. Nee. Stimmt. Das muss mehr sein. Ach, da geht's ja eigentlich in diese Untergänge. Mmh. Servicegänge. Kirche ist natürlich auch. Oh. 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 . Das ist für ein paar Tage. Ich würde das immer beantreitend. Ein Locksmith hat sich sehr schnell aus dem Weg zu veröffentlicht. Ich bin die Locksmiths von mir machen können. Wie... ...sell... ...durch... ...durch... ...send... ...durch... 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 I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No. That's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden? Sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them, it's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals! They're doomed anyway! Guybrush, you gotta get me out of here! It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks! My number three priority. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Aha! I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Okay, so. I'll write it down so I don't forget. Watch your boots. It says jail rules. One. No escaping. Okay. Hey, Stan. Hello there, son. Ah, schön. What did you do, that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People! People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. Hurtful words. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer. It truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case. And escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Good point. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. A bit of a Better Call Saul style. I feel like I remember. I'm just tired because it's very early morning. And not because it doesn't like me. I'm very excited. It's half one. I was really hoping to buy a ship from you. Well now normally I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. I don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Okay. Okay. Auftrag. I'm going to the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only Jamboree. Thanks, Andreas. I just... Der ist irgendwie so, weißt du, ein bisschen nerviger, der ist irgendwie, ja, ich finde aber dieses Marketing-artige kriegt da schon gut hin, aber. Die Texte sind super, wie gesagt, nur die Stimme. Die 14 da ist nix. Okay, das ist direkt hier, Schlüsselladen gegenüber. Hi there. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. She's been living near my shop for quite a few years. She goes across from my old location too. Would she move when you move? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret money guy. The weird is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Hmm. All at once? How does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. Magischen Schuss. Do you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe. In case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks. Just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. What's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the Union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Okay. I think I'll browse around a bit. We're not touching anything. I've got a system. And I don't like it to start. As item. Ah! Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Okay. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Clever verschachtelt. It's a locksmithing test. Close it all up and if you get the key out, you pass. That's the beginner level. Yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. What? Größe der der kleineren. Okay, gut. What's that lock? That's for hats. What's that key? That's for a lockable quiver. And please don't touch the glass. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ja, die Schatzkarte. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Was? Was hat er denn jetzt auf deutsch gesagt? 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 Oh, war ja, wenn ich auf geachtet? My mother's band, the golden keys. They were named after some actual golden keys, that she spent a bunch of time looking for. Hier, fünf Schlüssel. Genauso viele wie bei dem Safe, der für Safekeeping bei der Oma ist. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, that would be good. Ich meine, sie haben es gut versucht. Okay, das läuft bisher halt wahnsinnig super. Wir hätten vielleicht noch einen sehr schwierigen Schwierigkeitsgrad aussuchen sollen für extra große Gehirne. Das ist halt einfach auch super, das muss man halt auch sagen. The authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name, should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Ist da in der Zelle was? I'll stay on this side of the bars, just in case. Hm. Okay. Wenn die wirklich... They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks... Ja, ja. Der kommt aber... Der wird am Ende eh verurteilt. Da bin ich ganz sicher. Da muss man ihn dann nochmal retten. Jetzt geht's zu Governor Marley. Also, nee. Ist ja ein neuer Governor, oder? Oder wohnt sie? Ich weiß es nicht. Arbeitet sie noch als Gouverneurin? Kann man da einfach wieder zurückgehen? Ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Who do... Who that? Ha, ha, ha. Der hätte jetzt ruhig die Unterhose noch... Ach, die Schwerfmeisterin... Unterhose dranhängen können. Das kennen wir. Let me show you what a hack looks like. Haha, pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. You too. Nen wunsch, nee. So geil, ne? Mach... You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor. Because that would be both absurd and obnoxious. And I might have to skewer you for it. No, no. Fertest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so Captain Madison saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. The mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They are my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor's staff. Okay, the books. Warning. Do not try these tricks at home. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. We're going to look at 7. The blurb says it's a solid, if somewhat predictable story, about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Note to the read. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking, man. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologize. I'll pay for it. I don't need your money. Okay. Was das nein? War das lilafarbene vielleicht? Okay, ich glaube nicht. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologize. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Wie passend. Du kämpfst wie ein Bauer. Komm, wir machen wir schnell mal. Nein, das Hinweisbuch immer das falsche. Das hat so schön geleuchtet. Das hier. Sieben. Stark. Ich kann die Farben zählen. Was bringt das überhaupt? Gar nichts. Guck mal, da ging es doch in die Wand rein, wenn wir weiter links gehen. Jaja, die haben dann hinter dem... Jaja, irgendwas war da, ne? Die haben dann dahinter gekämpft und so. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Versuch grad zu erkennen, was da passiert. Er schlägt ihr den Pinsel aus... Sie schlägt den Pinsel aus der Hand, oder was? Naja, ich, ich... Ah nein, 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 nein. Die Hunde sind auch nicht mehr da. Ne, ne, ne. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ja, hier ist was. Du hast recht. Alter. Komm, wir gucken mal. Vielleicht wissen wir es schon. Die Flaggen... Ne, die Flaggen auf dem Hut. Das wissen wir nicht. Wir haben doch alles schon mal gesehen. Lauter Neckbeard. Der zweite Gouverneur der Melee Island. Lauter Neckbeard. Lauter Neckbeard. Rechts weiter geht's nicht weiter. Wahrscheinlich nicht, ne. Ach, aber das war schon schön. Ja, es ist... Dieses ganze... Aber wir haben nichts... Brauchbares gekriegt, oder? Eine Quizkarte? Ja... Ah, du, da war noch was mit dem Schiff. Irgendwas bekommt doch den Pudel. Sonst nix. Ne. Aber das war auch okay. Den hinteren Weg. Das konnte man früher nicht, glaube ich. Oh, okay. Interessant. Jetzt sind wir hier links. Also im Westen. Wo sind wir denn? Hier? Da. Das ist das Schiff. Von da oben kamen wir. Ausguck, okay. Was ist hier noch? Wald. Aber kann man anklicken. Also kann man da wohl auch hin. Im Wald werft... Ah, hier kommen noch ein paar Sachen dazu, glaube ich. Was war im Wald? Oder waren diese Labyrinthe, ne? Dieser... Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Okay, wir brauchen ein Stück vom Baum, damit Wally uns eine Karte fürs Labyrinth macht. Stimmt's? So hätte ich das jetzt auch gesagt, aber... Was hat das mit dem Baum, mit dem Labyrinth zu tun eigentlich? Wahrscheinlich der Baum im Labyrinth ist, den wir brauchen. Ja, aber wir müssen ja reingehen, um das Holz zu holen. Ja, also warum brauchen wir da noch eine Karte? Karnier ist ein vascular dicot, known for its tasteful coloration, slight wiggle and loads of tiny sharp teeth. Das ist natürlich richtig. Vielleicht reicht ein artenverwannter Baum oder so. Das sind auch wieder diese ganzen farbigen Blumen. Purple flowers. These must be teasel. Or Alliums. Or Clematis. Ach. I'm hopelessly lost without a map. Das hier ist auch kein Holz. Also man muss ja mal... Nee. Geh noch mal rein. Nur ob wir noch mal was finden irgendwie. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir in einem anderen Labyrinth Wald ja auch rumlaufen konnten erst mal, bevor wir wussten, wo es lang geht. Ja, aber viel mehr als zwei Räume kommen wir nicht weiter. Nee. Ich bin hopelessly lost without a map. Oh, I used to love these when I was six. Da war doch die Schwertmeisterin früher drin. Früher. I used to love these when I was six. Until I got trapped in one for two days. I think they're illegal now. Du machst hier schon... Hi there. ...notes... ...für deine Kinder. Hier, Kinder, steig doch mal in die Kiste. Abend Urlaub. Ich bin hier. 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 ...quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old timey pirate stuff. Old timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? Uh, yeah, I'm part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look pirate. John Lane's eye patch is irreplaceable. John Lane's eye patch is irreplaceable. Ah, I like it. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docents outfit. For the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry. All things piratey, really. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Well, have a look around. Please do. And this is Kni. Um... How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate, the Chuck, when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my three trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man. You're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. That map looks familiar. That's one quarter of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the melee jail many years ago. After an incident, where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the mug from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scumbag to the jail. Most likely I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in this respect. That's a pretty wild story. What can you tell me about this eyepatch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of a thousand faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though and nothing happened. The display case is locked. Okay, I can't lose. Eyepatch worn by Captain John Laney, the pirate of a thousand faces. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes actually. I was pretty much public enemy number one on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did you say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Plunder Bunny. The... Babakei. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the golden hind. Autographed by Francis Drake himself. Drake. Uncharted. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves. Mostly. Good to know. Oh. Meinst du, das war eine Andeutung auf Uncharted? Ja, auf den... Auf diesen Drake. In dem's ja auch im ersten... Also, Drake ist ja einer der Nachkommen... Also, der Held von Uncharted ist ja... Nathan Drake ist ja einer der Nachkommen von Drake. Und darum geht's in der ersten Folge. In dem ersten Teil. Aber ich weiß es nicht. Ich denk nur Drake. Warum nicht? Deswegen erwarte ich, dass man auch noch Jack Sparrow sieht. Stumpst mal an das Schild. Moment gleich. Tja, wo ist er jetzt? Das ist alles? Hm. Hätte man sich auch sparen können. Aber da wollten sie ein bisschen die 3D-Muskeln zeigen oder so. Vielleicht kann man da auch noch irgendwas machen. Ich bin mir nicht so sicher. Da muss man gucken, ja. Also, ich will diesen... Können wir uns wirklich? Was ist der Sinn von der Peg Leg? Das gehört zu der infamous Peg Leg Paddy. Sie hat eine Spear-Cutlass in dem. In Fall von Capture. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr mit uns ist. Das ist ein schönes Ohr. Der, der mit dem Koffen? Ja. Der Koffen hatte viel Wasserverlust, als ich es von der Voodoo-Lady in der Stadt bekommen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, um es zu restaurieren. Es wurde von einem bestimmten, well-knownen Kapitän. In einem derartigen Weg von einer türkischen Präsenz. Das Wasserverlust ist eigentlich aus dem Swamp auf Skab Island. Hm. Unglaublich. Die Präsenz in der Frage ist nicht mehr nahe von Skab Island. Du solltest über einen Forschungsassistenten erhören. Oh, ich habe das gemacht. Natürlich nicht bezahlt. Im Gegenteil. Okay, jetzt haben wir alles angeguckt. Das sind schon wirklich interessante Sachen hier. Hm. Wir kriegen das Ding aber nicht. Wir haben ja auch den Schlüssel nicht. Gibt es hier denn auch einen... Ja. Na, gute Idee. Aber da brauchen wir was besseres für. Lagerraum. Sehr gut. Nix. Some assembly required. Crackermischung für den Papagei. Mögen Papageien überhaupt Cracker oder ist das einfach ein Meme, was sich so verselbstständigt hat? In Monkey Island mögen sie es. Ja. Darf ich auch nochmal? Natürlich, du hast noch 15 Minuten. Ja, ist doof, wenn man immer nur zuguckt, ne? So ein bisschen... Ne, ist schon cool. Ich will auch nochmal... Es ist... Man will ja immer so... Macht einen Kirre, wenn der Mauszeiger nicht genau... Nicht dahin geht, wo man will. Ich weiß genau was du meinst. Können doch nicht mal einfach zwei Mäuse anschließen, ne? Aha. Es wurde vor einer Piraten-Rolle, knapp 75 Jahren gelesen. Es wurde letztens in einem Inn auf St. Martin, wo es um Korn zu verwendet wurde. Ich habe ein paar alte Furniture für sie, die wir im Hintergrund hatten. Hat jemand gedacht, dass sie zurück in die Klocke gelegt hat? Nein. Wenn die Klocke angefangen hat, würde es nur Leute verwirren. Es ist ein Arbeitsparrot. Das ist so schön. Das ist eine Story machen. Können wir ihm irgendwas geben? Er sammelt ja alte Sachen. Ach so, ja, stimmt, das kann man versuchen. Kannst du dich dem Papagei mal was geben, ja. Kommt vielleicht noch. Die Lupe reicht nicht, ja. Sollen wir raus? Hält auch nichts mehr ein jetzt hier erstmal. Wir haben auch glaube ich noch, obwohl haben wir noch Locations? Irgendwas ist da noch? Ich glaube sie sind illegal. Da sollen wir ja für Dings was rausholen. Irgendwas sollen wir holen für ihn. Zahnbürste. Ja stimmt. Wow. Tans. Nicht mal mehr der Tans. Ja genau, irgendwie das Fenster aufbrechen aber wir haben nichts. Messer vielleicht mal. Kann er die Schnur entwirren? Er kann sie nicht entwirren. Messer vielleicht? Kannst du mit dem Messer machen? Was haben wir? Meinst du so? Nee geht nicht. Kann ich überhaupt Gegenstände miteinander benutzen? Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal kommt, ja. Ja aber... Cool. Immer gut. Das ist gut. Das ist gut. Es sieht immer größer an dieser Seite des Eilandes aus. Auch schön sehe ich jetzt erst, dass sie das auch Deutsch übersetzt haben. Mhm. Das war's schon hier. Eimer. Eimer? Dann benutzt das, um seine Schiffe zu schützen. Es ist jetzt alles ausgelöst. Ah! Gut. Super Auge. Mhm. Hermann Toothroot tauchte zuerst auf in... Ich würde sagen, der Erste, ne? Oder? Doch. Der taucht doch auf direkt auf der ersten Insel mit den Bananen und so. Ja, ja, komm. Mit dem haben wir doch zusammen abgehangen. Ja. Okay, wie kriegen wir... Diese Hütte auch. Wahrscheinlich vielleicht. Ich würde auch... Also der Klassiker wäre halt ne Brechstange. Aber die haben wir nicht. Wir haben nichts. Was war nochmal hier mit ihm? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Bereit, um deine unerkennetzten Genie zu schreiben. Das ist der Kurator. Ja, immerhin haben wir ein, zwei Sachen bekommen. Also die Masse, also den... Schwamm. Könntest ruhig nochmal zum Ausguck einfach nur, um den auch nochmal abzuhaken. Aber da ist wahrscheinlich nichts, ne? Haben wir irgendwas, was wir ins Feuer legen können? Irgendwas, was man damit benutzen kann? Nee. Okay. Okay. Ich hoffe, das ist nicht eine solche Party-Cruise. Es sieht aus, wie es eine lange Reise sein wird. Sag, was du möchtest, über meinen schrörenden Nemesis LeChuck. Aber er weiß nicht, wie ein Schiff zu stecken. Ich habe eigentlich schon versucht, einfach da rein zu gehen, ne? Na, geht nicht. Auf eine Stelle. Hey, warte! Was? Ich habe irgendwie rausgespuckt. Ich habe irgendwie rausgespuckt. Nein. Nein. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the Governor's Mansion last week. I... I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Um, right away, sir. Shake it. Yo-ho! Oh! Oh! You look like the health inspector tasted your stew. Or, you did. War Snap Oil Marlin, Marlin is here. Wer? Der Künstler, den ich schlafen habe. Er ist der einzige Importer von Yak-Fat auf der Isle, also muss ich ihn glücklich halten, aber er macht das unmöglich. Heute möchte er mich für einen Dich, den er letzte Woche zu haben, in einem gewissen Event in der Gouverneur. Aber natürlich erinnert, erinnert, was es heißt, oder weiß, was in es ist, oder sogar erinnert, was es war. Er sagt, er denkt, es hat... ...ingredients in es. Ich habe nicht die kleinste Idee, was zu machen. Wenn ich dir eine Recipe bringe, könntest du es machen? Natürlich, ich bin ein Künstler. Seht ihr den Hatt? Oh, wo hat er gesagt, dass er das Künstler hat, den du zu machen willst? In der Gouverneur-Mansion. Das ist wahrscheinlich ein exotisches, weirrtes Künstler aus einem schwankeren Künstler. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Danke. Ich finde diese Musik, dass sie so wechselt, total geil ist. Ich weiß nicht. Wir haben sich echt wirklich Gedanken gemacht. Und diese Sätze immer... Ich finde, alle Spiele, alle Adventures sollten in Zukunft so was haben, dass sie direkt einen Satz daraus bauen. Das wirkt einfach freundlicher. Es wirkt irgendwie... Ja. Oh, ja. Die Klinik hat jetzt seit Jahrzehnten gebrochen. Niemand arbeitet zusammen. Alle wollen ihren eigenen Preis. Irgendwas mit den Büchern dann, ne? Ja, ja. Vielleicht sie auch fragen oder die Bücher kurz angucken. Irgend so was, ja. Eins davon ist sicherlich ein Kochbuch. Ja. Es ist ein Kochbuch. Es hat vier Sterne, aber es sieht aus, es ist für Schwierigkeiten. Kann ich ein Buch kaufen? Du hast nie das letzte Buch zurückgebracht. Vielleicht müssen wir das letzte. Warum wir bisher kriegen. I'm sorry. Yeah. I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Hast du irgendein Buch dabei? Das... Ja, und nur noch das sagen. Das Buch öffnet. Ja, okay, nee. Das bringt nichts. Schade. Ah, vielleicht das? Das war's. Der Vergebungsfrosch. Du hast eine Feder, du kannst was persönliches draufschreiben. du ein quatsch kala dear karl buch sorry for losing the book i borrowed wahrscheinlich pflichtbewusstsein i value that you are dedicated to dedication as shown by your actions in porto bello please accept my humblest apology auch wenn es eigentlich nicht meine schuld war ja oder das ist doch eine gute apology irgendwie i promise to do better in the future aber der ort ist vielleicht falsch this is for you dear karl it looks like you tried to include personal details but then you got them wrong you don't know me at all i reject your frog okay wir müssen es ist es ist diese letzte geschichte es ist es ist diese letzte geschichte wir müssen mehr über sie herausfinden okay well i've come for a recipe a dish you served at a recent function it's been described as hot and having ingredients in it ring any bells i do host plenty of functions but i'm afraid i don't have any idea what you're talking about can we try the frog again aber wir müssen es noch mal neu beschriften ach dazu brauchen wir noch mehr informationen oder weißt du die nee müssten wir halt ausprobieren wobei es das könnte man beim nächsten mal sogar googeln wo sie jetzt genau war weil aber das muss man ja irgendwie wissen wenn man nicht die vorgänger gespielt hat irgendwie ja kann man man kann es wahrscheinlich aber auch heraus probieren willst du noch mal eine probieren komm eine machen wir noch also liebe karl sorry for losing the book i borrowed das zum beispiel da könnten wir uns schon verpalsch zu viele zu viele variablen ja die wir nicht wissen na sie mag es nicht mhm das kriegen wir aber raus okay i reject your frog sie nimmt unsere entschuldigung so nicht an wie speichert man denn hier ab eigentlich aber warum ist es ein entschuldigungsfrosch das habe ich noch nicht gerafft da muss ja auch ein gag irgendwie dabei sein vielleicht auf englisch aber warum was ist der wie kommst du von frosch auf entschuldigung ich weiß es nicht aber das könnt ihr auf jeden fall recherchieren und uns in den comments hinterlassen ähm auch natürlich sind wir sehr gespannt was ihr von dem spiel haltet wie es euch gefallen hat bislang ich bin wirklich sehr sehr angetan mir macht richtig bock es tut mir richtig weh dass ich jetzt aufhören muss zu spielen wirklich ähm ich habe mich schon instant jetzt irgendwie rein verliebt also ich auch ich habe bock morgen haben wir eine schöne lange ne nächste woche haben wir eine schöne lange session ja euch aber erst genau ihr könnt euch nicht aber wir werden das sehr kurzfristig jetzt spielen und versuchen für euch so schnell wie möglich alle folgen rauszuhauen also ihr braucht nicht allzu lange warten das ist auch unser unser wunsch ja absolut ja da freue ich mich schon drauf das war es aber jetzt erstmal mit dem ersten sneak die ersten zwei stunden von return to monkey island es ist geil es ist nicht scheiße es ist nicht scheiße geworden es ist nicht scheiße geworden aha es ist nicht scheiße mhm